Hello Friends und willkommen zu diesem neuen Video. Am 21.03. erscheint Horizon Forbidden West, der Nachfolger des preisgekrönten Abenteuergames Horizon Zero Dawn für den PC. Für alle, die das Spiel bisher noch nicht auf der Konsole gespielt haben, geben wir euch nun einen kleinen Überblick, was euch in dem Spiel erwartet und ob ihr es euch direkt holen solltet. Hinterlasst nun eine positive Bewertung, falls euch das Spiel gefällt und ihr vielleicht auch das komplette Gameplay bei uns auf dem Kanal sehen wollt. Und nun wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Horizon Forbidden West wurde bereits am 18.02.2022 für die Playstation von Sony veröffentlicht und erscheint nun am 21.03.2024 für den PC. Der Nachfolger von Horizon Zero Dawn wird dabei als Complete Edition für 60 Euro zu kaufen sein und enthält somit auch direkt das DLC Burning Shores, welche Story direkt an das Hauptgame anknüpft, südlich vom Stammesgebiet der Tenax in den Ruinen von Los Angeles. Falls man sich das Spiel schon vorab kauft oder man seinen Steam-Account mit dem Playstation-Konto verknüpft, erhält man zusätzliche Items wie ein Outfit oder Ausrüstung. Falls ihr Horizon Zero Dawn noch nicht gespielt habt, ist dies aber auch kein Problem, da es am Anfang des Spiels ein Onboarding mit den wichtigsten Infos gibt. Story-wise geht es in Horizon Forbidden West darum, dass das Land stirbt und grauenhafte Stürme und eine unaufhaltsame Plage die verstreuten Überreste der Menschheit heimsuchen, während Furcht einflößende neue Maschinen an den Grenzen umherstreifen und das Leben auf der Erde auf eine neue, erneute Auslöschung zusteuert. Wieder liegt es an Aloy, die Geheimnisse hinter diesen Gefahrenlauern zu enthüllen und Ordnung und Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Auf ihrem Weg muss sie mit alten Freunden zusammenarbeiten, Allianzen mit neuen kriegerischen Fraktionen eingehen und das Vermächtnis der Fernvergangenheit entschlüsseln. Mit 150 GB Speicherplatz und einer verbesserten Grafik scheint das Spiel auch eine Menge zu liefern. Doch was unterscheidet sich sonst vom Vorgänger und hebt Horizon Forbidden West ab? Zum einen entdeckst du den verbotenen Westen und somit neue Länder, Gegner, Kulturen sowie Charaktere. Die Besonderheiten sind dabei die üppigen Wälder, versunkenen Städte und gewaltigen Berge in einem Amerika der fernen Zukunft. Außerdem gibt es neue strategische Kämpfe gegen gewaltigere Maschinen wie den Kletterkiefer, den Schlängelzahn sowie Sonnenflügel und menschliche Gegner mit Waffen, Ausrüstung und Fallen, die du ebenso wieder aus gewonnenen Teilen herstellst. Die Kampf- und Klettermechanik wurde ebenso angepasst. So gibt es auch in diesem Teil wieder neue Geheimnisse hinter dem bevorstehenden Zusammenbruch der Erde und ein verstecktes Kapitel aus der fernen Vergangenheit, welches du aufdeckst. Rüstungssätze können nun auch gefärbt werden, du kannst weitere Speere- und Häckslerhandschuhe sammeln und nun sogar Fliegen auf Flugmaschinen. Außerdem gibt es nun auch eine Unterwasserwelt und du wälzt deinen Stil im Fertigkeitenbaum, um Eloy zu spezialisieren und auf bestimmte Vorteile zu fokussieren. Wir freuen uns nun schon wirklich sehr auf das Spiel und es nun auch endlich zocken zu können. Falls ihr dabei sein wollt, schaut auf jeden Fall auf unseren Twitch-Kanälen vorbei, denn wir werden das Ganze auf jeden Fall dann auch live in Uncut-Version-Stream. Ihr könnt dabei sein mit Rätseln und die ganze Story erleben. Aber auch auf YouTube wird das Ganze dann natürlich auch kommen und wir werden das komplette Gameplay für euch hochladen. Also hinterlasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo. Es ist ein Klick und bedeutet uns wirklich sehr, sehr, sehr viel. So verpasst ihr, wie gesagt, auch kein Medium mehr und seid bei weiteren Meilensteinen dabei. Schreibt jetzt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr Horizon Forbidden West schon gespielt habt und es empfehlen könnt und wenn nicht, ob ihr es euch holen werdet und ob ihr euch sehr darauf freut. Wir haben ja bereits auch schon Horizon Zero Dawn gespielt und werden auch nochmal das komplette Gameplay hier zum Release von Horizon Forbidden West hochladen. Also falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, könnt ihr das auch noch vorher gucken und dann dabei sein, wenn wir in Horizon Forbidden West reinsteigen. Und schaut auch bei unseren anderen Social Media Kanälen wie zum Beispiel unserem anderen YouTube-Kanal Naka und auf Instagram vorbei, wo wir täglich ein Lifestyle-Comedy- und Book-Content hochladen in Form von Shorts, Reels und Stories. Und in diesem Sinne würde ich aber erstmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss ihr Lieben! Tschüss ihr Lieben! Untertitelung des ZDF, 2020